Dieses Video wird euch präsentiert vom Taschengelddieb.de Ja, moin moin, ganz herzlich willkommen auf dem Kanal. Ja, es ist Strixhaven Release Day, zumindest in der, wie man auf Neudeutsch sagt, Paper-Version. Das ist ja heutzutage Paper Magic, früher haben wir einfach Karten gespielt, heutzutage. Das Kind braucht einen neuen Namen. Aber ich finde Arena trotzdem super gut, dass man das auch für lauf spielen kann. Und ja, egal, lange Rede gar kein Sinn. Wir gehen heute den Bundle an den Kragen, was ich freundlicherweise wieder vom lieben Taschengelddieb gekriegt habe. Also schaut auf jeden Fall beim Taschengeld im Shop vorbei. Der hat sein Sortiment massiv erweitert in der letzten Zeit. Und ja, wenn ihr das über die letzten Jahre verfolgt habt, dann ist da immer mehr dazugekommen. Tabletop-Karten, also Magic, Warhammer-Gedöns und, und, und. Also auch im Tabletop-Bereich gerade viel Zubehör und so weiter und so fort. Checkt das auf jeden Fall. Ich sage danke, lieber André, dass du uns das hier möglichst machst, dass, ja, quasi das Gründungsspiel des Kanals hier weiterhin, auch wenn nur in kleiner Form, mit einem Bundle halt Bestand hat. Was ihr tun könnt, wenn ihr mehr Magic sehen wollt, dann könnt ihr auf alle Fälle gerne mal hier öfter auf das Video klicken, dass hier viele Klicks drauf kommen und ein paar Likes. Und eventuell dann, wenn ihr beim Taschengeld die Magic bestellt und das hier gesehen habt, einfach mal drunter schreiben, dass ihr das hier holt, weil ihr das Video hier gesehen habt. Vielleicht können wir dann auch bald ein bisschen mehr zu Magic machen. Gut, so, rumgebettelt habe ich jetzt genug. Wir gucken uns das an. Ich habe hier so einen Zollstock drunter gelegt, weil wir A am Basteln sind und B blendet das sonst so blöde. Deswegen wundert euch nicht, dass da ein Zollstock drunter liegt. Wir machen jetzt erstmal weiter hier und öffnen dieses Bundle. Ich glaube, wir machen erstmal die Folie ab, das ist am besten. Und natürlich, wer ist dafür zuständig? Mr. Cutter, der einzig wahre Unboxing-Cutter hier, der hier sein Gnadenbrot fristet und in letzter Zeit oft zum Zuge kommt, aufgrund meiner diversen Multi-Interessen. Gerade im Bezug auf Karten hat sich ja viel, oh, da habe ich vor Schreck schon vor Stativ, hat sich ja viel getan hier auf dem Kanal in letzter Zeit, was mich sehr, sehr freut. So, Folie weg. Das Bandel hat einen Drehwurm. Und wir gucken natürlich mal, was sich in so einem Bandel verbirgt. Für die Leute, die das noch nicht kennen, und zwar ein Bandel, die hießen früher Fatpacks, die Dinger. Wir haben hier eine Premium-Karte drin, Erz-Margus-Emeritus mit alternativer Illustration, man könnte auch Art-Word sagen. Dann haben wir 20 Premium-Länder, das heißt voll, 20 reguläre Standard-Länder. Dann natürlich 10 Strixhaven-Booster. Einmal eine Kartenschachtel, auch Deckbox quasi genannt, die sind sehr gute Dinge. Da passt viel rein, sogar in Hüllen und auch, wenn man das in so einem normalen, dünnen Deckbox hat, die passen da auch rein. Und natürlich ein exklusiver, übergroßer Spindown-Lebenspunktzähler, auch W20 genannt. Sowie zwei Regel-Referenzkarten. Jawohl. Wir schauen einfach mal hier, haben wir, oh, guck mal hier, da gehen wir gleich näher drauf ein. Haben wir hier die wunderschöne Box. Wir haben natürlich wieder hier unsere Pappschachtel. Draußen proben die Nachbarn irgendwie den Aufstand, wer weiß, was da passiert. Man weiß es noch nicht so genau. Diese Schachtel finde ich mal ganz praktisch, schmeißt die nicht weg. Da könnt ihr irgendwie Gedöns, Würfel, sonstiges oder wenn ihr mal ein paar lose Kartenhüllen habt. Oder Token oder sonst was, könnt ihr die nehmen. Ist besser als halt irgendwie einfach Verpackungen, die weggeschmissen wird. Finde ich super, super gut. Wir gucken mal, wo hier der Aufreißer ist, weil selbst die Packung ist, wie ihr, die das schon öfter gesehen habt, natürlich wisst, ist nicht einfach eine Packung, sondern kann dann auch noch als Poster genommen werden. Wir sehen hier die fünf Fakultäten des Strixhaven hier. Wunderbar. Quasi die Magierschule. Und die haben ja ihre eigenen Farbkombis alle. Und ja, das könnt ihr euch, wie gesagt, hinten zum Beispiel an Regal heften oder so. Und das kann man hier auch normalerweise relativ gut abruckeln. Dieser Kleber, der ist eigentlich relativ, na seht ihr hier, könnt ihr einfach abziehen. Dann sieht das auch gescheit aus. Mache ich jetzt nicht. Dauert hier zu lange vor der Kamera. Aber wie gesagt, die Geschichten, die sind immer ganz praktisch, finde ich. So, dann gucken wir. Wie gesagt, die Box hatte ich gesagt, die ist immer dabei. Als Staubox für irgendwas. Und dann gucken wir uns mal den Zettel hier an. Wir haben hier unsere fünf Fakultäten von Strixhaven. Und zwar einmal Silberkiel, einmal Prismari, einmal Blütenwelk, Kundhort und Quandrix. Ja. Also da sind dann auch die entsprechenden Farbkombinationen vertreten. Und ihr seht da schon im Logo jeweils, was das ist. Und ja, danach richten die sich auch so ein bisschen die Karten. Was ich natürlich richtig cool finde, sind, ist auch hier quasi das magische Archiv, wo alte Sprüche drin sind. Vielleicht erwischen wir hier sogar welche. Klar, es sind jetzt hier normale Draftbooster drin. Das ist ja heutzutage auch, ja, so mittlerweile kein Novo mehr. Aber dass es halt verschiedene Boosterarten gibt. Also Themenbooster, Collectorsbooster, Draftbooster und, und, und. Und ja, das sind dann natürlich keine Collectorsbooster. Da sind drei, glaube ich, sogar garantiert drin. Hier müssten aber eventuell auch welche drin sein. Ich meine sogar schon. Wenn ihr euch mit der Story mehr befassen wollt, dann schaut auf alle Fälle mal auf mtgstory.com. Und ja, die Magic-Seite, da ist ja viel los und viel hat sich da getan. Also die Optik wirklich gut. Und ja, nicht umsonst Klassenprimus, ne. Hier sehen wir das Ganze nochmal in der optischen Version. Die einzelnen Fakultäten von Strixhaven. Und ja, ein bisschen junglicher gehalten hier die ganze Optik. Nicht so düster, sehr farbenfroh. Und ja, schauen wir mal, ne. Ich bin auf alle Fälle wahnsinnig gespannt auf die Edition. Schon ewig keine Magic-Karten mehr aufgemacht. Also seit dem letzten Bundle tatsächlich nicht. Als erstes sehen wir hier den super, super schicken Würfel. Ich finde diesen übergroßen Spin-Down-Live-Counter richtig gut. Und ja, den aus der letzten Edition habe ich hier tatsächlich auch noch liegen. Weil ich letztens da noch ein Gewinnspiel mit ausgewürfelt habe. Und ne, also ich finde die Dinge einfach richtig geil. Kann man nicht anders sagen. Sehr schick. So, legen wir trotzdem erstmal beiseite. Dann haben wir hier unsere Regelreferenz-Karten. Damit ihr mal so ganz kurz sehen könnt, wie man Magic spielt. Das ersetzt jetzt nicht unbedingt komplett eine Anleitung für das Spiel. Oh, das ist sogar falsch rum. Ach ne, das drehen wir einfach rum. Also ich würde mir das auf alle Fälle nochmal gescheit durchlesen. Ich habe auch ein Regelvideo zu Magic gemacht. Das ist zwar schon ein paar Tage alt, aber funktioniert immer noch. Könnt ihr gerne mal auf dem Kanal suchen. So, dann haben wir hier unsere Karte, den Erz-Magus Emeritus. Und den gucken wir uns gleich an. Dahinter sind die, naja, das ist ja schwarzer Brösel. Das ist neu. Ne, dahinter sind die Eländer. Einmal Standard, einmal nicht Standard. Schauen wir uns dann gleich auch mal eben an. Und natürlich, essentiell wichtig, unsere 10 Booster mit den verschiedenen Artworks. Und ja, ihr seht, das ist wirklich ziemlich magisch. Und auch ein bisschen, ja, geht so mehr in die Märchenrichtung, finde ich teilweise. Was hier, ne, oder Fabeln. Man weiß es nicht so genau. Interessante Artworks auf alle Fälle. Gucken wir uns an die Karten. Werden wir bestimmt noch einen ganzen Haufen mehr von sehen, von den schönen Artworks. Aber wir starten, wie gesagt, erstmal mit unserem Erz-Magus Emeritus. So, und hokus pokus, jetzt müssen wir erstmal wieder die Karten hier aufkriegen. Ich liebe das ja mit diesen Öffner. Ich bin einfach, oh, diesmal hat er funktioniert. Ich werde verrückt. So, da ziehen wir, oh, die, so anhänge nicht die Folie. So, statische Energie und so. Schwuppdiwupp, Erz-Magus Emeritus. Da haben wir eine blaue Karte. Da hat sich herumgesprochen, dass ich hier der Blauliebhaber bin vor dem Herrn. 2-2, 2 blaue, 2 beliebige, eine Rare, Kreatur, Mensch, Zauberer. Und hier sehen wir auch sofort eine von den neuen Fertigkeiten. Die Magiefertigkeit. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst, ziehe eine Karte. Also der Trigger ist immer, wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst, dann passiert irgendwas hier, ziehen wir halt eine Karte. Er selber hat 2-2 und ist halt in voll, ne. Jawohl. Sehr schick. Nehmen wir mal mit. So, dann haben wir natürlich... Achso, da liegen die Booster. Hier haben wir dann natürlich die Vollländer. Und wie gesagt, ich sage ja immer, guckt euch die Länder auch mal in Ruhe an. Die Artworks, die da dahinter stecken, die finde ich auch immer sehr, sehr schön. Hier ist sowas zum Beispiel, ne. Das ist schon eine feine Sache. Ich sollte meinen dicken Daumen auch da wegnehmen. Dann sieht man auch, wie schön das hier rumfoilt. Dann haben wir Sumpf. Da bin ich ja immer mehr Fan von den rein landschaftlich gehaltenen. Genau das hier ist natürlich eine richtig schöne Vollkarte, ne. Standard-Land-Sumpf. Wenn man die jetzt noch als Full-Art hätte, das wäre ein Träumen schon herrlich. So, dann haben wir hier Gebirge. Auch hübsch. Nochmal Gebirge. Da oben, ja, ist so eine Krone. Da schweben die Teile rum. Dann haben wir hier Wald. Auch ein sehr exquisiter, ausgefallener Baum. Hat so ein bisschen was vom Iktrasil-Baum, wenn man nur die Kernform nimmt, ne. Dann haben wir, oh, das ist natürlich richtig schön hier wieder. Ein Wald. Dann haben wir eine Ebene. Noch mehr Ebene. Dann haben wir eine Insel. Noch mehr Insel. Also die Artworks haben wir so langsam durch. Das hier finde ich richtig schön als Voll, wie gesagt. Schöne Sumpfe. Und ja, wie gesagt, schaut euch auf alle Fälle auch immer einmal, auch in hier als Voll, ne. Sehr geil. Dann kommen die ganzen nochmal in Non-Foil. Schaut euch die Länder auf jeden Fall auch mal an. Da steckt auch viel Liebe drin und viel Arbeit, solche Landschaften zu malen. So, wir fangen an mit den Boostern. Mit welchen fangen wir an? Ich nehme hier, ne. Den studierten Dumbo. Damit fangen wir an. So, los geht's. Magic Booster aufreißen. Lange nicht gemacht. Voll Bock drauf. Ich hoffe ihr auch. So, Hokuspokus, Hokus. Los geht das hier. Und zwar. Wir gucken mal. Biblioplex-Assistent. Artefakt-Kreatur Gargoyle. Und ihr seht, das ist auch ein schönes deutsches Display. Das finde ich sehr, sehr gut. Gibt's natürlich auch in Englisch. Früher gab's die tatsächlich nur in Englisch. Heutzutage sind wir in Deutschland schon so weit und privilegiert, dass wir das auch auf Deutsch kriegen. Finde ich gut. So. Für vier beliebige Mana. Artefakt-Kreatur Gargoyle, wie gesagt. 2, 1. Fliegend. Wenn der Biblioplex-Assistent ins Spiel kommt, lege bis zu einen Spontanzauber- oder Hexerei Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof oben auf deine Bibliothek. Ah, okay. Also was, ne? Um was aus dem Grab zu holen. Sehr schön. Dann haben wir ja Aufstieg des Extus. Eine Hexerei in Schwarz-Weiß für sechs Mana. Vier beliebig, zwei Schwarz oder Weiß. Ja. Schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. Schicke bis zu einer Spontanzauber- oder Hexerei Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Exil. Dann haben wir Lerne eine Lektion. Das ist hier das Neue, ne? Wieder eine Neufähigkeit. Du kannst eine Lektionkarte von außerhalb der Partie, sprich zum Beispiel Sideboard, die du besitzt, offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Oder eine Karte abwerfen und dann eine Karte ziehen. Ne? Also entweder oder. Das heißt, wenn ihr gerade nichts im Sideboard habt, was ihr brauchen könnt, könnt ihr einfach eine Karte abwerfen und eine ziehen. Aber ich finde das sehr cool, dass man halt Karten von außerhalb des Spiels ranholen kann. Das ist eine coole Sache, ne? Finde ich sehr nett. So, Pauken. Ja, das sollte ich eigentlich auch anstatt die Karten aufzumachen. Aber, äh, ja, nein. Erstmal ist Trickshaven, dann sehen wir weiter. Ähm, Hexerei für ein beliebiges und ein schwarzes oder ein grünes. Du erhältst vier Lebenspunkte dazu und Lerne eine Lektion. Also dieses Lerne eine Lektion, das ist richtig cool. Also da kann man wirklich, wenn man jetzt ein Sideboard mit Wahl zusammenstellt, was man ja sowieso tun sollte, dann kann man da während des Spiels drauf zugreifen. Finde ich schon richtig, richtig cool, die ganze Aktion, muss ich sagen. So, dann haben wir einen Geist als nächstes. Pilgerinnen der Zeitalter, zwei beliebige Einweises, 2,1 Kreatur, Geist. Wenn die Pilgerinnen der Zeitalter ins Spiel kommen, kannst du deine Bibliothek nach einer Ebene. Standardlandkarte durchsuchen, sie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen und danach mischen. Sechs beliebige. Bringe die Pilgerinnen der Zeitalter aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Okay, ja gut, für sechs auf die Hand, für sechs aufs Feld, äh, ja, nee. Das ist ein bisschen teuer, ne? Das ist ein bisschen teuer. Aber Standardlandkarte ist ganz schön auf der Hand. Ins Spiel wäre schöner, dann könnte man nämlich die Ein-Mana-Regel umgehen. Aber, naja, man kann ja nicht alles haben. So, illustre Historikerin, äh, 2,1, zwei Mana, eins davon muss rot sein. Kreatur, Mensch, Schamane, fünf Bibliothek können wir bezahlen. Ähm, schicke die illustre Historikerin aus deinem Friedhof ins Exil. Erzeuge einen getappten, 3,2 roten, weißen Geist-Kreatur-Spielstein. Ah, okay. Fliegen tut er anscheinend nicht. Nee, steht zumindest nicht dabei. Aber, ja, Spielstein kann man mal nehmen, ne? Nehmt man gerne mal. Durchpreschen. Ja, die spielen hier mit, äh, tatsächlich irgendwie eine Sportart mit dem Schädel von irgendwem. Da bin ich nicht tief genug im Fluff, um zu sagen, wessen Schädel das ist und welches Spiel das genau, wie sich das nennt. Äh, könnte vielleicht so ein bisschen an, ähm, die ganze Harry-Potter-Geschichte in Hogwarts angelehnt sein. Man weiß es nicht. Da fliegen die auch mal mit ihrem Besen durch die Gegend und jagen irgendwelche, äh, lustigen Bälle, dass sich jedes Mal, wenn meine Frau Harry Potter guckt, ich hab das auch mal gesehen, aber ich bin da jetzt nicht so tief in der Materie, ähm, da bin ich doch dann eher bei Herr der Ringe und solchen Geschichten drin. Ähm, ja, wir schweifen ab, oder? Tun wir, ja. So, durchpreschen. Spontanzauber für ein Grünes. Eine Kreatur der Nerval verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Das ist praktisch, ziehe eine Karte. Ja, zwei nette Effekte für ein Grünes kann man mal nehmen, auch als Kommen, ne? So, erfahrener Wahrsager. Zwei Mana, eins davon muss blau sein, eins, drei, Kreatur, mehr Volk, Zauberer, mal wieder mehr Volk am Start. Ähm, wir können ein, äh, beliebiges Mana und ein blaues bezahlen, tappen, ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Ja, ne, Karten, Qualität, Sichernis angesagt, Essenzinfusion, okay, äh, Hexerei, ein schwarzes, ein beliebiges, lege zwei plus eins plus eins Marken auf eine Kreatur deiner Wahl, sie äh, Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Oh, das ist schön, Marken bleiben permanent drauf, das ist natürlich schön, ähm, und Lebensverknüpfung ist auch richtig schön, dann gibt's gleich sofort einmal ein paar Notlebenspunkte in dem Moment. Strahlender Widerstand, Spontanzauber, für zwei Mana, eins davon muss weiß sein, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, der plus zwei plus zwei in Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Das bedeutet, sie kann nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein, die deine Gegner kontrollieren. Finde ich schön, dass das immer nochmal erklärt wird, für die Leute, die neu reinkommen, und es gibt ja mittlerweile so viele Schlüsselwortfähigkeiten, ihr müsst das mal auf der, äh, in irgendeinem, ja, bei Magic Player oder so einfach mal googeln, was es da alles an, ähm, ja, Fähigkeiten, Schlüsselwortfähigkeiten gibt, also da ist echt, das ist, ne, wie Vokabeln lernen aus dem Englischbuch, da kann man echt eine ganze Menge machen, ähm, ja, gerade wenn man so uralte Karten mal, ähm, hat und anguckt, da, äh, sieht man erstmal, was es alles da so gibt, da sind Sachen bei dir, da erinnert man sich gar nicht mehr dran, also ich zumindest nicht. Gut, so, wir machen weiter mit Fraktalbeschwörung, ähm, ein, ja, entweder zwei blau oder zwei grüne oder Kombinationen plus x beliebige Hexerei-Lektion und da haben wir eine Lektion, ne, ähm, das ist ja die Geschichte, die wir eben gesehen haben hier bei den anderen Karten, das zeige ich euch da nochmal eben. Wir haben ja heute Zeit und Lust und Laune hier, deswegen, ähm, zeige ich euch das nochmal eben, lerne eine Lektion, genau, so da, so funktioniert das hier, lerne eine Lektion und dann könnt ihr euch so eine Karte, könnt ihr euch aus dem Sideboard dann quasi raussuchen. Was haben wir denn hier? Ähm, erzeuge einen 00 grünen und blauen Fraktalwesen-Kreaturen-Spielstein, lege x plus 1 plus 1 Marken auf ihn, ja, also wer viel ausgibt, der kann auch viel erwarten, ne, das ist immer wieder, ja, viel bringt viel, aber das könnt ihr halt dann quasi aus eurem Sideboard rausholen und das finde ich schon mal ziemlich cool die ganze Nummer. Die erste Lektion und dann auch gleich die nächste Lektion, nekrotische Dämpfe, ja, wenn das mal gesund ist, das ist auch unsere erste Ankammen hier, doppelschwarz, einen beliebigen, ähm, ja, ihr seht immer hier oben, uuh, nichts gesehen, ihr seht immer hier oben dieses Symbol, ich denke mal, das ist hier das Lektionssymbol, dann kann man die auch immer schön, wenn man die Karten durchguckt, äh, schnell rausfiltern und sie zieht hier aus dem Schädel hier, dass er raus sieht, sehr cool aus. So, schauen wir, was kann das gute Stück, denn schicke als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, eine Kreatur, die du kontrollierst, ins Exil. Schicke eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl ins Exil. Ah, okay, alles klar. Jo, ne, zusätzliche Kosten müssen wir halt irgendwie eine Kreatur ins Exil schicken, ist nicht ganz so schön, aber Kreatur und Planeswalker ein Spiel schicken, ist schon mal ganz schick. Und da steht auch nicht, dass es, äh, keine Spielsteinkreatur sein darf, ne, zwinker, zwinker. So, Schädlinge versorgen, die sind ja wild, guckt euch die mal an, in dem, der Kugel da drin. Ja, cool, haha, mal wieder schick, äh, coole Artworks. Ähm, Schädlinge versorgen, kostet einen schwarzen, einen grün, ähm, spontan Zauber. Opfere eine Kreatur als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, also mal wieder, ne. Ähm, erzeuge ein X, äh, erzeuge X, 1,1 schwarze und grüne Schädlingskreaturen Spielsteine mit. Wenn diese Kreatur stirbt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu, wobei X gleich die gleiche Stärke der geopferten Kreatur ist. Ah, okay, ja, hier macht es dann auch Sinn, irgendwie was stärkeres zu opfern, ne. Man kriegt dann halt auch mehr dafür, äh, mehr dafür in diesem Moment. Dann haben wir Durchfallen. Jo, spontan Zauber. Ein schwarzes, ein beliebiges. Eine Kreatur, der in der Wahl erhält bis zum Ende des Zuges Minus X, Minus X, wobei X gleich 7 Minus der Anzahl an Karten auf der Hand des Beherrschers Jena Kreatur ist. Aha, okay, alles klar. Ne, da muss man halt dann 7 Minus die Anzahl rechnen. Und, ähm, da ist dann natürlich halt ganz praktisch, wenn der nicht mehr so viel auf der Hand hat. Und unsere Rare ist Augmentierter Boxer. Okay, der war ein paar Hauerchen, ne. Doppelgrün, 1 mm x 3, 3 Kreatur Trolldroide verursacht Trampelschaden. Oh, und es ist eine doppelseitige Karte. Wir sehen das hier unten, ne, an der, an dem kleinen Pfeilchen hier. Ähm, solange du 8 oder mehr Länder kontrollierst, erhält der Augmentierte Boxer plus 5, plus 5. Dann hält er 8, 8. Das ist schön. 8 oder mehr Länder, gut, dann muss man auch ein bisschen schon mal spielen. Und, äh, ja, uh, 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 guck mal da, guck mal da. So, wir haben nichts gesehen. Wir gucken einfach mal die Rückseite an. Ähm, wieder heilende Gleichung. Drei beliebige Doppelblau Hexerei. Bestimme eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Bis zum Ende des Zuges wird jede andere Kreatur, die du kontrollierst, zu einer Kopie von ihr, außer, dass jede Kreatur nicht legendär, die Kreatur nicht legendär, legendär sind, falls die bestimmte Kreatur legendär war. Ui, okay, das ist auch nicht schlecht, ne. Bis zum Ende des Zuges wird jede andere Kreatur, die du kontrollierst, zu einer Kopie von ihr, außer, dass sie nicht legendär ist. Äh, buh, also für eine rare geile Karte. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Lecker, lecker, lecker. Schön. So, hier haben wir was aus dem magischen Archiv. Und zwar Chaos Schleife. Ihr werdet hier viele alte Bekannten im magischen Archiv wiedersehen. Traurig für die Standardspieler ist, dass diese Karten nicht standardlegal sind. Aber wenn er sie im Draft zieht, dann, soweit ich das verstanden habe, dürfte er sie auf alle Fälle nutzen, ne. Oder im Sealed vielmehr dann auch quasi. Ja, Draft zielt, wie auch immer. Ähm, das ist auf alle Fälle eine schöne Sache. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, Spontanzauber. Ähm, für zwei beliebige ein rotes. Der Besitzer einer bleibenden Karte deiner Wahlen mischt seine Bibliothek und deckt dann die oberste Karte seiner Bibliothek auf. Falls es eine bleibende Karte ist, bringt er sie ins Spiel. Jo, ne. Ist auch eine Mythic. Ich weiß gar nicht, ob die, ähm, ob die Archivkarten alle Mythic sind. Da kann ich gar nichts zu sagen. Aber schön. Freut mich schon mal sehr, 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 dass wir so eine gefunden haben. Die legen wir mal an der Seite. Und, äh, ja. Geist. Da ist er. Eine Kreatur. Äh, Kreaturen Spielstein. Okay. Das ist natürlich schick. Ich hätte... Was möchten wir denn gerne mal haben? Counterspell weiß ich nicht. Ist drin. Dämonik Tutor. Dämonik Tutor wär geil, oder? So, aus Spaß an der Freude. Also, ich hab den auch noch im Original. Aber ein Dämonik Tutor wär doch mal richtig schön, oder was meint ihr? Also, da könnte ich mich durchaus mit anfreunden. Das ist ja auch so eine Karte, die man eigentlich immer gerne zieht. So, Aha-Erlebnis. Aha. So, zwei beliebige, ein grünes, ein blaues Spontanzauber. Ziehe zwei Karten. Du kannst eine Linderkarte deiner Wahl ins Spiel bringen. Jo, alles klar. Weiter geht's mit Aufnahmeschreiben. Oha, das muss man als Eule falten, wie ich das sehe, damit man aufgenommen wird. Oder als Vogel. Origami lässt grüßen. Äh, drei beliebige, ähm, ein Artefakt haben wir hier. Tappen. Erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Ähm, zwei beliebige und tappen. Äh, das Aufnahmeschreiben. Äh, Opfere das Aufnahmeschreiben. Das Opfern hab ich gerade gar nicht gelesen. Und ich denke, ey, was ist das denn? Ziehe eine Karte. Ah, okay. Alles klar. Haben wir kapiert, ne? Jawohl. War auch nicht so schwer. Ich hoffe, dann sind wir auch aufgenommen. Dann geht's weiter mit, äh, Spektakelmagierin. Rot, blau, ein beliebiges. Zwo, zwo, Kreatur, Vogel, Schamane. Fliegend. Spontanzauber und Hexereien mit Mana, mit Mana-Betrag fünf oder mehr. Ich hätte gesagt, mit einem Mana-Betrag von fünf oder mehr. Aber egal. Ähm, die du wirkst, kostet beim Wirken ein beliebiges Mana weniger. Jo, ne? Ein bisschen sparen, kann nicht schaden. Hitzige Debatte. Roter Spontanzauber, zwei beliebige, ein rotes. Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Auch nicht durch die Abwehrfähigkeit. Aha, schön. Ähm, die hitzige Debatte fügt einer Kreatur oder einem Plainswalker deiner Wahl vier Schadenspunkte zu. Jupp. Gekauft. Aber halt ein bisschen teuer, ne? Aber dafür nicht neutralisierbar. Ähm, 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 draußen fliegen die Pollen und, äh, ja, ihr hört's an meiner Stimme. Weiter geht's mit Stachel Karok. Karok, Karok. Zwo, vier, drei Mana, eins darf uns grün sein. Lustiges Artwork. Ansonsten, ja, nur Fluffdecks, ne? Kein Effekt. Weiter geht's mit Unterbüchern begraben. Das passiert mir auch irgendwann mal, wenn ich, äh, wenn jetzt unser Regal hier zu Hause mal umfallen sollte. Ähm, fünf Mana, eins darf uns blau sein. Spontanzauber. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken zwei beliebige Mana weniger, falls er eine angreifende Kreatur als Ziel hat. Lege eine Kreatur deiner Wahl als zweite Karte von oben in die Bibliothek ihres Besitzers. Okay. Okay, 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 okay. Lege die eine Kreatur deiner Wahl als zweite Karte von oben in die Bibliothek ihres Besitzers. Alles klar. Auch mal interessant. Weiter geht's mit Exemplare sammeln. Eine Hexerei in schwarz. Ähm, kostet ein schwarzes ein beliebiges. Erzeuge einen 1,1 schwarzen und grünen Schädlingkreatur in Spielstern mit, wenn diese Kreatur stirbt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Schön. Außerdem lerne eine Lektion. Diese Lektionsgeschichte gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. Feine Sache, das. Weiter geht's mit Klippenstadtretterin. Fünf Mana, eins davon muss weiß sein. 2,2. Sie rettet da auch schon jemand. Kreatur, Geistkleriker, fliegend. Wenn die Klippenstadtretterin ins Spiel kommt, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit Mana Betrag drei oder weniger aus deinem Friedhof auf deiner Hand zurück. Jo, alles klar. Dann haben wir plötzlicher Durchbruch. Spontanzauber für ein beliebiges, ein rotes. Eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 2, plus 0 und Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Erzeuge einen Schatzspielstein. Er ist ein Artefakt, kennen wir, ne? Mit Tappe opfere dieses Artefakt, erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe. Finde ich gut, diese Schatzdinger, muss ich ehrlich sagen. Geisterbeschwörung, da haben wir wieder eine Lektion. Wir erkennen sofort hier oben am Symbol. Für ein beliebiges und zwei entweder rot oder weiß. Eine Hexerei. Erzeuge einen 3,2 roten und weißen Geist-Kreaturspielstein. Jo, ne? Kann man mal bringen. Kann man mal bringen. Den haben wir auch gerade gezogen, ne? Den Token dafür, passenderweise. Rat der Mentorin. Zwei beliebige, ein blaues, eine Hexerei. Und wir fangen mit unseren Ankommens an. Ja, tatsächlich. Wenn du diesen Zauberspruch wegskopiere ihn, falls du einen Plainswalker, Druiden, Hexenmeister, Kleriker, Schamanen oder Zauberer kontrollierst. Ja, das ist doch schon mal eine gute Auswahl. Außerdem Hellsicht 1. Ziehe dann eine Karte. Ne? Also, das ist das Scryen. Wir dürfen uns die oberste Karte angucken, drauf oder drunter legen. Dann wissen wir schon mal, was da so uns erwartet. Bücherwurm. Sieben beliebige und ein grünes 7,7. Kreatur Wurm verursacht Trampelschaden. Das macht Sinn bei den Werten. Wenn der Bücherwurm ins Spiel kommt, erhältst du drei Lebenspunkte dazu und ziehst eine Karte. Wir können dann noch zwei Beliebungen. Ein grünes bezahlen. Legende Bücherwurm aus deinem Friedhof. Als dritte Karte von oben in deine Bibliothek. Ah, okay. Das ist natürlich auch interessant. Das ist dann auch mal interessant. Ja, dann stirbt ihr nicht zwangsläufig. Gut, weiter geht's mit Dina, die Seelentränkerin. Ein schwarzes, ein grünes 1,3. Legendäre Kreatur. Druide. Doppel D. Nein, das war jetzt nicht pervers gemeint. Es war einfach nur DD. Immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Ein beliebiges bezahlen. Opfer eine andere Kreatur. Dina, die Seelentränkerin, erhält bis zum Ende des Zuges. Plus X plus 0, wobei X gleich der Stärke der geopferten Kreaturen ist. Jo, alles klar. Mal wieder jemanden starkes opfern, dann passiert was Starkes. So, schwupp. Wir haben Bergener Phönix. In Rot fliegend Eile. Das kann schon mal nicht schlecht sein. Für vier Mana. Eins muss Rot sein. Eine Kreatur. Fliegend Eile, wie gesagt, super geil. Wenn der bergende Phönix ins Spiel kommt und falls du ihn gewirkt hast, lerne eine Funktion. Äh, eine Funktion. Da war ich wohl etwas bei der Arbeit. Lerne eine Lektion. Das war ja die Geschichte, die Lektionskarten haben wir ja gesehen. Das war die Karte von außerhalb der Partie auf die Hand nehmen dürfen. Solange sich der bergende Phönix in deinem Friedhof befindet und falls du eine Lektion lernen würdest, kannst du stattdessen den bergenden Phönix ins Spiel zurückbringen. Mhm. Ne? Fein. Ja, das gefällt mir doch. Jawohl. Also hier ist gleich noch eine. Ich glaube, hier scheint tatsächlich in jedem Booster eine Archivkarte drin zu sein. Das finde ich richtig gut. Und ja, wie gesagt, wir sind auf der Hand vor den Dämonik Tutor. Hexerei haben wir hier. Raub des Erstgeborenen. Für ein rotes. Übernimm bis zum Ende des Zuges Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl mit einem Mana-Betrag. Drei oder weniger. Ähm, enttappe sie. Sie erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Ja, ne? Das ist schon ein bekannter Effekt. Ähm, kenne man schon. Aber, ja, schön. Ich finde die Karten sehr gut. Huch, was haben wir da? Kein Token. Werbung für Arena. Ja, schaut mal drauf, falls ihr das noch nicht kennt. Ist eine feine Sache. Ich habe es mir auch schon vor Ewigkeiten runtergeladen. Und, ähm, ja, ich wollte die Mobile-Version tatsächlich mal testen jetzt demnächst. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Und auch bei dem normalen auf dem PC habe ich jetzt noch nicht wirklich viel gespielt. Äh, ich habe es einfach bis jetzt nicht geschafft. Es ist im Moment so viel los. Sowohl auf der Arbeit als auch hier auf dem Kanal. Da geht die Post ab. Und, äh, ja, man kommt zu nix. Schlimm immer dieser Hobbystress. Ich sag's ja. So. Silberkiel Schwurmagierin. Ein beliebiges. Und dann zwei entweder schwarz oder weiß. 3-1-Kreatur Vampir-Kleriker. Magiefertigkeit. Immer wenn du eine spontan Zauber-X3-Karte wirkst oder kopierst, erhält die Silberkiel Schwurmagierin. Bis zum Ende des Zuges entweder Flugfähigkeit oder Lebensverknüpfung. Du entscheidest. Das ist ja cool. Na, das ist doch nett. Das mag ich immer. Wenn einem die Wahl überlassen wird, kann man immer der Situation anpassen. Dann haben wir Orgia Schlachtfeldseher. Ein rotes, ein blaues. 3-beliebige. 3-4-Kreatur. Oga Schamane. Eile. Können wir tappen. Und dann gibt's einmal Hellsicht 1. Jawohl. Okay. Weiter geht's mit Quadrieren. Wir sind hier tatsächlich, äh, mathe-mäßig unterwegs. Ich glaub die Truppe hier. Ähm, ja, wie heißt's denn noch? Wie heißt die Fakultät hier? Das ist doch hier Quandrix. Genau. Hier sehen wir so Quandrix auf der rechten Seite. Ich glaub, das ist, äh, der Wahlspruch von denen ist Mathe oder Mathematik ist magisch oder ist Magie. Irgendwie sowas Wildes ist das. Ähm, so, äh, für ein beliebiges und ein, äh, ja, entweder grünes oder blaues Spontanzauber eine Kreatur. Deiner Wahl hat Basisstärke und Widerstandskraft. 4-4-Bis zum Ende des Zuhs. Okay. Flavtex Querdenken ist manchmal nicht radikal genug. Ja, in heutigen Zeiten ein sehr gelungener, äh, ja, Spruch unter der Karte. Weiter geht's. Ich lass es einfach mal so stehen. Ihr könnt euch über einen Teil dazu denken. Ähm, Skuritkolonie. Ihr seht ja wild aus. Er hat erstmal dem Vogel den Kopf abgepflückt. Das ist ja mal wieder ein geiles Artwork. Auch diese leuchtenden Augen, ne? Hammer. Okay. Ähm, ich Kreatur Eichhörnchen. Ja, aber irgendwie Eichhörnchen from hell hier, meine Herren. Ähm, ein grünes, ein beliebiges 2-2. Ähm, Reach, also Reichweite. Ähm, die Skuritkolonie erhält plus 2, plus 2, solange du 8 oder mehr Länder kontrollierst. Ja, Squirrel from hell. Ich sag's euch. Sehr cool. Bis jetzt mein Lieblingsartwork in der Edition, was ich jetzt hier gesehen hab. Ähm, dann geht's weiter mit Wasserfall, Luftakrobat. 3-1, ein, äh, Djinn-Zauberer. Äh, für 4 Mana 1 davon muss blau sein. Fliegend und Abwehr 2. Das bedeutet immer, wenn diese Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, den beziehungsweise die ein Gegner kontrolliert, neutralisiere beziehungsweise sie. Ha, unglaublich. Es sei denn, jeder Spieler bezahlt zwei beliebige. Jawohl. Das ist hier die Abwehrgeschichte. Und, ähm, da haben wir schon eben eine Karte gesehen, die halt sogar die Abwehr umgegangen hat. Also, das ist auch nicht endgültig, ne. Nichts ist für die Ewigkeit, das wussten schon die Onkels. Und so weiter und so fort. Warnung der Professorin. Ja, sonst gibt's den Klassenbucheintrag hier, ne. Ähm, ähm, Spontanzauber für ein Schwarzes. Bestimme eines. Lege eine plus 1, plus 1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl oder eine Kreatur deiner Wahl erhält Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Schaden und Effekte, die zerstören, äh, also als Text haben, ne, zerstören sie nicht. Mhm. Weiter geht's mit Zeitloser Hüter. Ähm, Kreatur Geistsoldat 1, 4 Vanilla für 2 Mana 1. Davon muss weiß sein. Jawohl. Dann haben wir Begeistertes Studium. Jo, das ist auch ein mächtiges Buch, was die gute, äh, Frau, Herr, da, ich glaube, Frau mit sich rumschlürt. Ähm, roter Spontanzauber für 3 Mana 1. Davon muss rot sein. Eine Kreatur deiner Wahl hält plus 3, plus 1 bis zu, äh, unverursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Sehr schön. Außerdem können wir eine Lektion erlernen. Schöne Karte, ne? Für eine Kammen finde ich die eigentlich ganz sweet. Dann haben wir erweiterte Anatomie. Ja, erweitert, ich würde sagen, da passt das Quadrieren eher zu. Den haben sie auch etwas vergrößert, den Frosch. Zauberlehrling freut sich. Ähm, Hexerei, eine Lektion, sehen wir schon oben wieder an der, ähm, an dem Logo hier oben. Drei beliebige. Lege 2 plus 1 plus 1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl. Sie hält Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Jo, alles klar. Dann geht's weiter mit einer weiteren Lektion zur Erinnerung reduzieren. Alles klar. Zwei Mana weiß ein beliebiges. Hexerei. Ähm, also Lektion natürlich. Schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil. Liebe Herrscher, erzeugt einen 3, 2 roten und weißen Geist-Kreatur-Spielstein. Aha, okay. Kann man mal bringen. Dann haben wir passionierte Staub-Reimerin. Okay. Ähm, 4 Mana beliebig, ein rotes 3, 4 Kreatur Minutaurus-Schamane. Immer, wenn die passionierte Staub-Reimerin angreift, kannst du eine Spontanzauber- oder Hexerei-Karte aus deinem Friedhof unter deiner Bibliothek legen. Falls du dies tust, schicke die obersten zwei Karten deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Ah, okay. Alles klar. Ne? Ja gut. Warum auch nicht? Kann man mal machen. So, dann nochmal Blau. Division durch Null. Ja, das ist doch verboten. Nein, ist nicht verboten. Aus negativen Zahlen Wurzel ziehen. Das ist verboten, ne? Ähm, so. Spontanzauber für zwei Liebige ein Blaus. Bringe einen Zauberspruch oder eine bleibende Karte deiner Wahl mit meiner Betrag 1. Also das scheint jetzt öfter im Text hier zuvor zu kommen. Oder mehr auf die Hand seines Besitzers bzw. ihres Besitzers zurück und lerne eine Lektion. Ja. Ne? Auch nett. So, dann schauen wir mal, was uns hier die Rare bringt. Es ist ein legendärer Ork-Schamane. Plark. Dekan des Chaos. Das klingt doch schon mal sehr gut. 2-2. Wir können tappen. Wirf eine Karte ab. Ziehe eine Karte. Oder wir können vier beliebige und ein rotes bezahlen. Tappen. Decke Karten von deiner Bibliothek auf. Bist du eine Licht... äh, Licht... nicht-Licht. Nicht-legendäre Karte mit meiner Betrag drei oder weniger, die kein Land ist, aufdeckst. Du kannst die Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Lege alle aufgedeckten Karten, die nicht auf diese Weise gewirkt wurden, in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt müssen wir uns das nochmal einmal kurz durchlesen. Bist du eine nicht-legendäre Karte mit meiner Betrag drei oder weniger, die kein Land ist, aufdeckst? Du kannst sie wirken. Ah, okay, da ist der Witz an der Sache. Alles klar? Gut, sehr viel Kartentext. Uh, kultivieren haben wir als nächstes. Augusta, Dekanin der Ordnung ist auf der Kehrseite. Legendäre Kreaturen, Mensch, Kleriker für 3x1, wo es weiß sein, 1,3. Alle, äh, nee, andere, nicht alle. Andere getappte Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten, plus 1, plus 0. Andere ungetappte Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten, plus 0, plus 1. Also Widerstand mehr. Immer wenn du angreifst, enttappe alle Kreaturen, die du kontrollierst und tappe dann eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst. Verrückt, tapp hin, tapp her. Interessante Karte auf jeden Fall, kann man mal bringen. So, dann haben wir hier wieder unsere nächste Archivkarte. Es ist eine Hexerei, es ist kultivieren. Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten, zeige sie offen vor, bringe eine davon getappten Spiel, nimm die andere auf deine Hand und mische danach. Das ist eine schöne Karte, die mag ich sehr gerne. Kostet 2 Mana beliebig und ein grünes, jawohl. So, jetzt haben wir hinter dieser aber noch 2. Uh, wir haben eine voll. Und wir haben eine voll Kammern. Es ist Reliktenfaultier, alles klar. Für 3 beliebige, ein rotes, ein weißes, 4, 4 Kreatur Bestie mit Wachsamkeit. Und bedrohlich, diese Kreatur kann nicht geblockt werden, außer von 2. Dann mehr Kreaturen und Wachsamkeit heißt, dass sie beim Angreifen nicht getappt wird. Und, ja, kann man mal machen. Geht natürlich auch geil ein voll, aber wir wollen ja nicht unverschämt sein. Dann haben wir ein Tintling. Ist ja geil. Spielstein-Kreaturfliegen 2, 1. Ja, alles klar. Habe ich die Spielsteine aussortiert? Nö, habe ich nicht. Dann mache ich sie auch nicht. Weiter geht's mit den nächsten Boosterchen. Und, ja, ich habe hier richtig Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, ich habe halt nicht viel Magic im Moment, was ich finanziell aufbieten kann. Deswegen nehmen wir uns die Zeit und gucken uns hier alles in Ruhe an. Die neue Edition ganz speziell. Die Karten halt, da würde ich mir jetzt auch keinen Stress machen wollen mit. So, mechanischer Archivar, Artefaktkreatur, Konstrukt. 4, 5 mit Reichweite. 2 beliebige können wir bezahlen. Etappen lege eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof unter die Bibliothek ihres Besitzers. Aha, 6 beliebige Mana. Kostet ja Spaß übrigens. Dann geht's weiter mit Quandrix, Schwurmagierin. 2 Mana, entweder blau oder grün. Und ein beliebiges. Ich musste gerade mal gucken. Das spiegelt sich da irgendwie. 2, 2. Kreatur, Mehrfolg, Druide und Magiefertigkeit. Immer wenn du ein Spontanzauber oder eine Hexerei wirst oder kopierst. Das ist ja das Übliche, der Trigger. Lege eine Plus-1-Plus-1-Marke auf die Quandrix Schwurmagierin. Ja, das ist doch mal schönes. Da hat man wenigstens was von. Die bleiben ja drauf, die Marken. Dann haben wir Kundhort Schwurmagier. Oh, das Schwurmagier-Booster hier. Für ein beliebiges. Und 2, entweder Rot oder Weiß. 2, 2. Kreatur, Chor-Schamane. Erstschlag, auch eine feine Sache. Und Magiefertigkeit. Also Hexerei oder Spontanzauber wirken oder kopieren. Wenn wir das machen, erhält die Kundhort Schwurmagier. Der ist es. Der Kundhort Schwurmagier. Plus 1, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Ja, halt ist wieder bis zum Ende des Zuges. Das ist dann nicht ganz so schön wie die Markenheber hier. Sowas finde ich immer praktischer. Groß aufspielen. Ja, der ist auch ein bisschen groß. Spontanzauber für ein grünes, ein beliebiges. Eine Kreatur der Nervale. Plus 2, plus 2, Reichweite bis zum Ende des Zuges. Lege eine plus 1, plus 1 Marke auf sie. Ja, das ist ja schick, ne? Ja, das ist doch nicht schlecht. Das finde ich okay. Für zwei Mana kann man die durchaus mal nutzen, denke ich mal. Frosttrickserin. Kreatur Vogel, Zauberer 2, 2. Für drei Mana, eins muss blau sein. Fliegend. Wenn die Frosttrickserin ins Spiel kommt, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Die Kreatur enttappt nicht während des nächsten Entappsegments ihres Beherrschers. Ja, mal wieder schmutzige blaue Tricks. Wer kennt's nicht? Ein böswilliger Peitschenhieb. Spontanzauber für ein schwarzes. Eine Kreatur deiner Wahl, der plus 2, minus 2 bis zum Ende des Zuges. Ja, wenn man mal kurz spontan ein bisschen mehr Kraft braucht. Dann haben wir Steinfliegergeist. Kreaturgeistvogel. 1, 2 für zwei Mana, eins muss weiß sein. Fliegend. Vier beliebige können wir bezahlen. Schicke eine Karte aus deinem Friedhof ins Exil. Eine Kreatur deiner Wahl erhält Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Ja, bis zum Ende des Zuges ist halt immer sehr vergänglich. Aber wenn man einfach mal spontan irgendwo drüber wegflattern muss oder möchte, ist das ganz praktisch. Oh, das ist ein schönes Artwork. Zauberbuchzerfledderer. Der Bücherkiller hier. Kreatur Wolf. Hier in Rot. 2, 2 für drei Mana, eins muss rot sein. Eile, das ist schon mal sehr gut. Tappen. Schicke eine Spontanzauber- oder Hexerei-Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Exil. Lege eine Plus-1-Plus-1-Marke auf den Zauberbuchzerfledderer. Ja, okay. Okay, ja, was hier auf dem Friedhof ist, wenn man da nicht mehr drankommt, dann ist das doch eine feine Option. Das ist ein schönes Artwork. Rankenfalle. Quasi eine sehr große fleischfressende Pflanze. Die hat sich gleich mal einen Drachen weggeschnappt aus der Luft. Spontanzauber für zwei Mana, eins darf man was grün sein. Bestimme alles. Ja, genau. Stimme alles. Alles. Nein. Bestimme eines. Die Rankenfalle fügt einer fliegenden Kreatur deiner Wahl fünf Schadenspunkte zu oder zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Yo. Kann man mal bringen, ne? Dann haben wir Schädlingsbeschwörung. Eine Lektion. Wir sehen sofort wieder oben an dem Logo. Und interessante Viecher hier. Ein beliebiges, zwei, entweder schwarz oder grün. Läuft das Hexerei, ne? Die Lektion. Erzeuge zwei eins eins schwarze und grüne Schädling Kreaturspielsterne mit. Wenn diese Kreatur stirbt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Was sagt der Flavtext? Schritt eins. Die Schädlinge in Schlamm legen. Schritt zwei. Warten. Yo muss Leitfahren zur Schädlingszucht. Ja, guck. Da wisst ihr Bescheid. Dann könnt ihr euch das gleiche Rezeptebuch schreiben. Und dann geht er los. Weiter geht's mit Karok Viehtreiberin. Ja. Nettes Tier. Fünf Maler, eins davon muss grün sein. Drei, drei. Kreatur elf. Druide. Und Magiefertigkeit. Das heißt Hexerei wirken oder Spontanzauber oder kopieren. Dann gibt's eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke auf eine Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren. Ja, Marken sind wieder schwer im Kommen hier. Finde ich gut. Grinsender Igneos. Ja, zwei, zwei für drei Maler. Eins muss rot sein. Kreatur Elementarwesen. Wir können einen rot bezahlen. Bringe den grinsenden Igneos auf die Hand seines Besitzers zurück. Erzeuge, oh, zwei Wingdings. Meine Lieblingsmaler, die farblosen. Und ein rotes. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Alles klar, Herr Kommissar. Schwupp. Weiter geht's mit praxisorientierte Studien. Jo. Könnte man sich vielleicht auch noch einen Tisch setzen zu. Aber naja. Man sieht hier schön, auch illustriert, einmal Feuer, einmal Wasser, ne? Eine plätschert und spielt ein bisschen mit Eis. Der andere spielt mit dem Büroball. Ja, sollte man in der Bibliothek vor einem Regal mit getrockneten Büchern vielleicht nicht tun. Aber naja gut, ist ja auch der Wassermagier da. Das soll wohl glatt gehen. Drei beliebige, ein blaues, ein rotes Spontanzauber. Ziehe vier Karten. Dann wirf zwei Karten ab. Es sei denn, du wirfst eine Spontanzauber- oder Hexerei-Karte ab. Okay, ja, da muss man gucken, was man abwirft. Ansonsten ganz nett. So, unsere Reate. Hexerei. Blütenwelkbefehl. Ein schwarzes, ein grünes. Bestimme zwei. Ein Spieler deiner Wahl millt drei Karten. Bringt dann eine Länderkarte aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Oder zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl mit meiner Betrag zwei oder weniger, die weder eine Kreatur noch an Land sind. Oder eine Kreatur deiner Wahl hat minus drei, minus eins bis zum Ende des Zuges. Oder ein Gegner deiner Wahl verliert zwei Lebenspunkte und du erhältst zwei Lebenspunkte dazu. Joa, zwei aus vier dürft ihr wählen. Ist doch schon mal ganz nice, ne? Interessante Karte. Ja, also Multifunktionskarten, sag ich mal, die man öfter mal, wo man öfter was wählen kann, ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir Krosas Eingriff als Archivkarte. Also die Archivkarten sehen natürlich wieder richtig, richtig schön aus, ne? Wie ich gelesen habe, gibt es tatsächlich auch japanische Archivkarten mit alternativem Artwork noch. Das ist natürlich mit der Lesbarkeit dann so eine Sache hier für uns Normalsterbliche. Aber ansonsten, ja, eine interessante Idee mal. Auch sehr nett für die japanischen, also für die chinesischen Leute oder japanischen. Das unterscheidet sich auch nochmal. Aber, ja, ich kann es definitiv nicht lesen. Aber wer halt Hardcore-Sammler ist und da Bock drauf hat, als kleine Info, da gibt es dann nochmal alternative Artworks. Gut. Krosas Eingriff, zwei beliebige, ein grünes, Spontanzauber. Sekundenbruchteil. Solange dieser Zauberspruch sich auf dem Stapel befindet, können Spieler keine Zaubersprüche wirken oder Fähigkeiten aktivieren, die keine Mana-Fähigkeiten sind. Joa. Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Ja. Also das mit dem Sekundenbruchteil, das hätte ich auch schon wieder nicht gewusst. Das ist, ja, ne, man kann, also ich weiß, hier sind so viele Sachen. Schön, dass das immer dahinter erklärt steht. Perfekt. Und was haben wir hier? Eine leere Karte. Du kannst diese Karte zur Darstellung einer doppelseitigen Karte verwenden. Ja, ne, das könnt ihr dann quasi hier einfach eintragen. Und dann habt ihr quasi das, die andere Seite für die doppelseitige Karte. Weiter geht es. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sehr. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Knapp Halbzeit. Knapp. Wir machen weiter. Wir quatschen jetzt auch schon bestimmt eine halbe Stunde hier rum. Aber wie gesagt, das lassen wir uns hier nicht nehmen. Und gucken uns ganz in Ruhe die schönen neuen Karten der Edition an. Ich finde immer, es ist sehr schade, wenn die einfach so zack, 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 da ist die Rare, zack, 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 da ist die Rare. Ja, man sollte das immer als Gesamtset irgendwie betrachten und sich in aller Ruhe auch den Karten mal so ein bisschen widmen und sich die Artworks angucken und ein bisschen Flufftext und so. Deswegen, ich hoffe, ihr teilt meine Meinung und habt da Spaß dran. So, weiter geht's. Vorzeigeunterricht. Zwei, entweder rot oder blau. Spontanzauber, wenn du in diesem Zug deinen nächsten Spontanzauber oder deine nächste Exerei wägst, kopiere jeden Zauberspruch und du kannst neue Ziele für diese Kopie bestimmen. Sowas finde ich immer sehr, sehr gut. Da kann man nämlich böse Sachen quasi gleich doppelt raushauen. Dann haben wir elementares Meisterwerk für sieben Mana, fünf beliebige, ein rotes, ein blaues Hexerei. Erzeuge zwei, vier, vier blau und rote Elementarwesen Kreaturen Spielsteine. Das rechtfertigt die hohen Kosten schon mal relativ. Dann können wir noch zwei rote oder blau bezahlen. Wirf das elementare Meisterwerk ab. Erzeuge einen Schatzspielstein. Na, Schatz haben wir eben gelernt, was das ist, ne? Ja, brauchen wir nicht nochmal zu erklären. Weiter geht es mit Biomathematika. Okay. Das ist hier wieder die Quandrix-Fraktion auf jeden Fall. Ein beliebiges, ein grünes und ein blaues. Zwo, zwo. Kreaturmensch, Zauberer. Wenn der Biomathematiker ins Spiel kommt, erzeuge einen 0,0 grünen und blauen Fraktalwesen Kreaturen Spielstein. Lege auf jedes Fraktalwesen, das du kontrollierst, eine Plus-1, Plus-1-Marke. Jo. Ich werde die Unendlichkeit erreichen. Ja, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Viel Spaß, Herr Mathematiker. Arkane Subtraktion. Ja, Arkane, da war ich gerade mal wieder bei einem anderen Kartenspiel spontan. Er hat das halt öfter gelesen. Spontanzauber. Ein beliebiges, ein blaues. Eine Kreatur der Nervale hält minus 4, minus 0 bis zum Ende des Zuges. Und lerne eine Lektion. Ja, Lektionen lernen immer gut. Egel-Fanatikerin. Ja, sie steht auf Egel. Warum auch nicht? Zwei Zweifel, ein beliebiges und ein schwarzes Maler. Kreaturmensch, Hexenmeister. Solange es dein Zug ist, hat die Engel-Fanatikerin Lebensverknüpfung. Jawohl. Dann haben wir Leitende Stimme. Das Artwork, das sieht so ein bisschen wie früher aus. Und der Typ sieht ein bisschen aus wie Jonathan Frakes. Also Commander William Riker aus Star Trek, finde ich so ein bisschen. Aber Gesichter sind sowieso nicht meine Stärke. Ich kann mich auch täuschen, aber so ein bisschen hat das sowas. Hexerei für ein Weißes. Lege eine Plus-1-Plus-1-Marke auf eine Kreatur deiner Wahl und lerne eine Lektion. Ja, für einen Maler. Was will man da falsch machen? Kann man mal mitnehmen. Klippen statt Wächter. Er hat den großen Namen ausgepackt. 1,5. Kreatur Geist-Zwerg. Ja, der sieht ja ein bisschen größer aus. Mit Reichweite. Ein Zwerg mit Reichweite, wie ironisch. Zwei beliebige und Tappen. Opfere den Klippen statt Wächter. Bringe einen Spontanzauber- oder Hexerei-Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deiner Hand zurück. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Jo, ne? Also das geht ja nicht immer. Aber, ja, schaden kann's nicht. Verwägener Verstärkungszauber. Zwei Männer. Eins muss grün sein. 2,2. Kreatur. Elf Druide. Wir können vier beliebigen und ein grünes bezahlen. Verdopple bis zum Ende des Zuges Stärke und Widerstandskraft des verwegenden Verstärkungszauberers. Boah, jetzt dachte ich erst irgendwie, man könnte von einer beliebigen Kreatur das verdoppeln. Aber dann wäre das definitiv keine Kammen gewesen. Aber der Effekt wäre natürlich sweet gewesen, ne? Wasserfall Luftakrobat ist der nächste Kandidat. 3,1. Fliegend. Vier Maler kostet Spaß. Eins muss blau sein. Kreatur Gin-Zauberer. Ich glaube, den haben wir sogar schon einmal gesehen. Fliegend und Abwehr. Das war die Sache immer, wenn diese Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit für den, beziehungsweise die, ein Gegner kontrolliert, neutralisiere, beziehungsweise sie. Es sei denn, jeder Spieler bezahlt zwei Mana beliebiger Farbe mehr. Ja, ich finde dieses I, Sie, Sie, S, hast du nicht gesehen. Ja, sollte man tun, so jetzt irgendwie aus ethischen Gründen oder warum auch immer. Zum Beispiel, es gibt auch Systeme wie zum Beispiel Final Fantasy, die das einfach mal konsequent ignorieren und die Karten lesen sich um einiges einfacher meiner Meinung nach. Aber muss halt jeder wissen. Gut. So, da haben wir wieder den Tintlingsbeschwörer. Ach nee, wir hatten den Tintlings-Token das letzte Mal. Genau, das ist der Tintlingsbeschwörer. Für ein beliebiges und zwei entweder weiß oder schwarz. Hexerei-Lektion sehen wir oben links in der Ecke wieder. Erzeuge ein, zwei, eins weißen und schwarzen Tintling-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Ja, den haben wir eben gesehen. Den finde ich ziemlich cool. Den Tintling, muss ich sagen, von der Optik. Ja, wie geil. Augenkreischer. Oh, ich glaube, ich habe meine Karte der Edition gefunden. Ich habe ja pro Edition immer eine Karte, die einen besonders geilen Namen hat oder ein besonders geiles Artwork. Also in der Regel einen besonders geilen Namen. Besonders geilen Namen. Ich habe schon wieder aufs Bild geguckt. Besonders geilen Namen hat. Und hier Augenkreischer ist schon mal sehr geil. Das andere war das, zum Beispiel die Verwertungsmumie war das, glaube ich, bei Amon-Kate. Und ja, es gibt halt immer, oder das Blutschwein, das war auch sehr fein. Also eine Karte gibt es immer. Und der Augenkreischer ist bis jetzt definitiv auf Platz 1 in dieser Edition, was ich gesehen habe. Kreatur, Auge, Fledermaus. Ja. 1,1 für ein schwarzes. Fliegend. Wenn der Augenkreischer stirbt, lerne eine Lektion. Ja, finde ich schon mal ziemlich cool. Also ein One-Drop. 1,1. Klar. Dann aber Flugfähigkeit dabei. Und wenn er stirbt, dann dürfen wir noch eine Lektion lernen. Also gut, das macht die Lektion nicht so flexibel. Aber ja, ich finde, für ein schwarzes, da kann man auch nicht viel falsch machen. Ist eine Ankamme, ne? Dann haben wir Talentprobe. Ein Spontanzauber. In Blau für zwei meiner Einserfrau muss Blau sein. Spontanzauber. Neutralisiere einen Spontanzauber oder eine Hexerei deiner Wahl. Durchsuche den Friedhof, die Hand und die Bibliothek seines bzw. ihres Beherrschers. Da geht es wieder los. Nach einer beliebigen Anzahl an Karten mit demselben Namen wie jener Zauberspruch und schicke sie ins Exil. Oh, nett. Der Spieler mischt und zieht dann für jede Karte, die auf diese Weise aus seiner Hand ins Exil geschickt wurde, eine Karte. Jo, finde ich aber ganz cool im Endeffekt, muss ich sagen. Nett, nett. So, dann schauen wir mal, was uns denn hier... Ah, ist noch gar nicht die Rare. Es ist die dritte. Ja, echt? Habe ich mich denn so verzählt? Ja, Tatsache, genau. Ach, der Augenkreischer, der hat mich so aus der Spur geworfen. Hier, da war ich so angetan von. Unsere dritte Ankamme. Kunthort, Zauberlehrling. Ähm, ja. Interessant mit dieser Schriftrolle, ne? Da tanzen die ganzen Armeen da drauf rum. Man muss sich auch mal so einen Moment Zeit nehmen für die Artworks, finde ich, bevor man einfach stumpf den Text liest. So, ein rotes, ein weißes Brut, 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 Kreatur, Mensch, Kleriker mit Magie, Magie, genau, Magie, Fähigkeit. Das heißt übrigens Fertigkeit, jetzt nochmal von vorne, Magie, Fertigkeit. Also entweder spontan, soweit extra reinwirken oder kopieren. Dann erhalten Geist-Kreaturen, die du kontrollierst bis zum Ende des Zuges. Tappen. Diese Kreatur fügt jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Oh, das war nett. Ja, finde ich schön. So, Stimme geht weg. Wir schauen uns an unsere Rare. Pestilenzkessel. Jawohl. Sieht gut aus, ne? Die Suppe, die da gebraut wird. Ähm, Artefakt für, ähm, drei meiner Eins-Tapfen muss schwarz sein. Wir können tappen. Wirf eine Karte ab. Erzeuge einen 1-1 schwarzen und grünen Schädling-Kreaturen-Spielstein mit. Wenn diese Kreatur stirbt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Finde ich schon mal gut, ne? Kostet nix. Einfach tappen. Ähm, ein Beliebiges bezahlen. Tappen. Jeder Gegner millt so viele Karten, wie du in diesem Zuge Lebenspunkte dazu erhalten hast. Oh, böse Karte. Ähm, oder vier Beliebige bezahlen. Tappen schicke vier Karten deiner Wahl aus genau einem Friedhof. Ah, okay. Ähm, ins Exil ziehe eine Karte. Also, wenn einer zum Beispiel Reanimator spielt und hat sich da gerade vier geile Karten in seinen Friedhof gemillt, dann schicken wir die einfach mal pauschal ins Exil. Und ja, um uns jetzt nicht zu spoilern, das ist nämlich eine doppelseitige Karte, was wir denn dann kriegen, ähm, werde ich das einfach mal hier hinter der Kamera umdrehen, auch so, dass ich das nicht sehe. Und wir gucken uns einfach mal, ähm, die Rückseite hier an. Ähm, erneuernder Ausbruch. Und zwar eine Hexerei für zwei Grüne und drei Beliebige. Bringe bis zu zwei Kreaturen Länder und oder Planeswalker-Karten deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deiner Hand zurück. Jeder Spieler erhält vier Lebenspunkte dazu. Schicke den erneuerten Ausbruch ins Exil. Uh, okay. Vier Lebenspunkte aber für jeden. Das heißt, ihr kriegt auch welche. Und ja gut, dann müsst ihr halt damit leben, dass der Gegner auch welche kriegt. Oder die Gegner. Ansonsten finde ich die Karte ziemlich schick, muss ich sagen. Fluff-Tags tot. Tot kann jeder. Lass mich dir etwas wirklich Beeindruckendes zeigen. Interessant. Interessant. So, und Gedankenwirbel haben wir als Archivkarte. Spontanzauber in blau. Ziehe drei Karten und lege dann zwei aus deiner Hand in beliebiger Reihenfolge oben auf deine Bibliothek. Mhm. Alles klar. Und dann haben wir hier wieder eine Notier-mir-was-Karte. Da könnt ihr eure allabendliche Pizzabestellung draufschreiben. Oder natürlich auch die Nutzen, um den Text von einer doppelseitigen Karte darzustellen. So, weiter geht's. Schwuppdiwupp. Wir legen los. Nächstes Booster. Lebenskraft einflößen. Jo. Für ein schwarzes und ein grünes Spontanzauber. Bis zum Ende ist zugesellt eine Kreatur deiner Wahl. Todesberührung. Und wenn diese Kreatur stirbt, bringen sie unter der Kontrolle ihres Besitzers getappt ins Spiel zurück. Du erhältst zwei Lebenspunkte dazu. Äh, okay. Mhm. Ja, das ist doch schick. Also Todesberührung finde ich ja sowieso immer eine ganz feine Sache. Also die Karte ist auch ganz fein. Dann haben wir das Relikt-en-Faultier. Das haben wir eben schon mal gesehen in der Vollversion, ne? Dann haben wir Bogengang-Almende. Ein Land. Die Bogengang-Almende kommt getappt ins Spiel. Äh, die Bogengang-Almende hat gerade schon verschissen bei mir. Wenn die Bogengang-Almende ins Spiel kommt, opferisier es sein. Du bezahlst ein beliebiges Mana. Dann tappt sie für ein Mana an einer beliebigen Farbe. Ja, recht hohe, ähm, ja. Kosten, um sie reinzubringen. Viel Aufwand. Aber ist halt ne Kamen. Naja. Uh, Ansturm der Magierjäger. Das sieht eher aus wie, äh, ja. Angriff der Bugs oder der Zerg oder der Tyraniden, wenn er mich fragt. Äh, Hexerei. Für zwei, äh, schwarze und zwei beliebige. Zerstöre eine Kreatur oder einen Plainswalker deiner Wahl. Immer, wenn in diesem Zug eine Kreatur blockt, verliert ihr Beherrscher einen Lebenspunkt. Uh, auch nicht gerade nett, die Karte, ne? Ja, kann man mal nehmen. Kann man mal nehmen. Zeitloser Hüter. Den haben wir schon gesehen. Eins, vier, vier, zwei. Der steht da so rum. Illustre Historikerin. Die haben wir auch schon gesehen. Zwei, eins für zwei Mana. Fünf bezahlen. Schicke die Illustre Historiker aus. Sein Friedhof ist Exil. Erzeuge einen getappten. Drei, zwei, weißen und roten Geistkreaturen-Spielstein. Lenz-Mänen-Zerwin. Die kennen wir noch nicht. Kreatur Hirsch. Der ist aber ein hübscher Hirsch, ne? Drei Mana, eins für muss grün sein. Drei, zwei. Und wenn der Lenz-Mänen-Zerwin-O sein. Der ins Spiel kommt, erhältst du zwei Lebenspunkte dazu. Ja, schick ist hier. He, abweisen. Er guckt ja, gell. Einmal schön gestempeln. X, nix gibt's. Für zwei Mana, eins für muss blau sein. Spontan zaubern und risiere einen Kreaturen- oder Planeswalker deiner Wahl. Es sei denn, sein Beherrscher zahlt drei beliebige Mana. Falls der Zauberspruch auf diese Weise neutralisiert wird, schicke ihn ins Exil, anstatt ihn auf den Friedhof seines Besitzers zu legen. Jo, alles klar. Der kommt da wohl nicht rein. Eine Lektion sofort erkannt. Einführung in die Vernichtung. Schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil. Ihr Beherrscher zieht eine Karte. Okay. Jo, schlicht und einfach. Für fünf Mana übrigens. Dann haben wir Gefäßbruch. Auch ein geiles Artwork, ne? Das sieht sehr schick aus. Kann man nicht anders sagen. Jawohl. Ist eine Lektion unschwer zu erkennen. Kostete drei Mana, eins davon muss grün sein. Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Falls sein bzw. ihr Mana Betrag zwei oder weniger ist, erzeuge einen 1,1 schwarzen und grünen Schädlingen Kreaturen-Spielstein mit. Wenn diese Kreatur stirbt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Okay. Jo. Kann man mal machen, ne? Auch sehr geiles Artwork. Gefällt mir echt gut. Hallenwaran. Jo. Der sieht schon schwer gebildet aus. Kreatur, Eidechse, Schamane. One Drop für ein rotes 1,1 mit Eile und Tappen können wir. Außerdem müssen wir noch ein beliebiges und ein rotes bezahlen. Eine Kreatur in der Wahl kann in diesem Zug nicht blocken. Ja. Also die One Drops hier ziemlich gut. Denn da gibt es immer noch ein bisschen was da oben drauf. Ausloten des Verbotenen. Spontanzauber ein Schwarz für 2,1 muss Schwarz sein. Als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, kannst du eine oder mehrere Kreaturen opfern. Wenn du dies tust, kopiere diesen Zauberspruch für jede Kreatur, die auf diese Weise geopfert wurde. Du ziehst eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Jo. Alles klar. Also wenn er dringend Karten braucht, dann können auch mal Köpfe rollen, damit die an Land kommen. Und unsere Rare ist eine Hexerei, ist Silberkiel Befehl. Schwarz, Weiß und zwei beliebige. Bestimme zwei. Eine Kreatur in der Wahl erhält plus 3, plus 3 und Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Oder bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit Mana Betrag 2 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ins Spiel zurück. Oh. Oder ein Spieler deiner Wahl zieht eine Karte und verliert einen Lebenspunkt. Oder ein Gegner deiner Wahl opfert eine Kreatur. Ja, die ist doch schon mal ganz nice hier, ne? Ins Spiel zurück. Klar, Mana Betrag 2 oder weniger ist nicht die Welt, aber es gibt auch fiese Karten, die nicht ganz so teuer sind. So. Wir haben Eliminieren als Archivkarte und ich glaube, wir haben noch eine Folder dahinter. Eine Folder. Versagt die Stimme von lauter Erregung. So. Ein Schwarz ist ein beliebiges. Spontan Zauber zerstöre eine Kreatur oder ein Plainswalker deiner Wahl mit Mana Betrag 3 oder weniger. Also der Begriff Mana Betrag scheint sich hier durchgesetzt zu haben. Dann... Oh, 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 oh. Ich dachte, das ist der Tutor-Foll, aber das ist auch nicht verkehrt. es ist Missis Meisterstück und ja, es ist eine Mythic foil und das kann schon nicht verkehrt sein 3 beliebige, ein rotes, Hexerei schicke eine Karte deiner Wahl, die ein Spontanzauber an deiner Hexerei ist, aus deinem Friedhof ins Exil kopiere jede auf diese Weise ins Exil geschickte Karte, du kannst die Kopien wirken, ohne ihre Malerkosten zu bezahlen schicke Missis Meisterstück ins Exil, oh yeah überlast 5 beliebige 3 rote, du kannst diesen Zauber für seine Überlastkosten wirken, falls du dies tust verändere seinen Text, indem du alle Vorkommen von einer deiner Wahl durch jede ersetzt ja das ist schon, ja geiles Stück am liebsten wäre es mir natürlich gewesen, wenn es zum Beispiel der Tutor gewesen wäre aber das ist auch eine geile Karte, voll und Mythic ja, so macht das doch Spaß die legen wir auch gleich mal an die Seite, da werden wir nämlich gleich eine schöne Hülle drum packen und dann haben wir wieder unseren Tintling da ist aber wieder der Bengel ja, schön schöne Karte auf jeden Fall, gefällt mir gut macht auch ordentlich was her hier das Fäuling, also nochmal hier, einmal einmal Fäulen, nochmal hier so hübsch, hübsch sehr schön alles klar, weiter geht's nächstes Booster könnte ich den ganzen Tag machen auch wenn meine Stimme irgendwie zwischendurch versagt aber trotzdem macht das echt Bock so, wir machen weiter mit Pauken hab ich aber gar keinen Bock drauf jetzt gerade deswegen, die kennen wir ja schon tun wir es auch schnell weg bevor wir hier noch auf dumme Ideen kommen weiter geht's mit Zeichensätzen ein Spontanzauber entweder Rot oder Weiß können wir uns aussuchen, was wir bezahlen eine Kreatur in deiner Wahl hält plus 1, plus 0 bis zum Ende des Zuges wenn die Kreatur in diesem Zug stirbt erzeuge einen 3, 2 roten und weißen Geist-Kreaturen-Spielstein jawohl dann haben wir Prismari-Campus ein blau-rotes Land kommt natürlich getappt ins Spiel um mich zu ärgern dann können wir es tappen wer hätte das gedacht für ein blaues oder ein rotes und wenn wir 4 bezahlen und es tappen dann dürfen wir Armas Crying also Hellsicht 1 anwenden no ja, kommenland Warnung der Professorin haben wir schon gesehen kennen wir schon dann haben wir ich hab Aufstoßen gelesen aber es ist Ausstoßen ja höre auf die Hand an der Wand raus ach ne, das ist eine Tür die offen ist ok 2 beliebige ein weißes Spontanzauber schicke eine getappte Kreatur deiner Wahl ins Exil jo kann man machen ne schüss denn Doppelband-Schamane 2 beliebige ein rotes 1, 2 Kreatur Zwerg-Schamane Doppelschlag Doppelschlag-Kreaturen bei mir immer sehr gerne gesehen magisches Duell wie passend für dieses Spiel 2 beliebige ein grünes Hexerei dieser Zauberspruch kostet beim Wicken 2 beliebige maler weniger falls du in diesem Zug einen anderen Spontanzauber oder eine andere Hexerei gewirkt hast also Spontanzauber und Hexerei wird hier oft angesprochen ne in diesem Set eine Kreatur deiner Wahl die du kontrollierst hält plus 1 plus 2 bis zum Ende des Zuges dann kämpft sie gegen eine Kreatur deiner Wahl die du nicht kontrollierst das bedeutet jede fügt die anderen Schaden in Höhe ihrer Stärke zu das kennen wir schon denk an die Regeln keine Zaubersprüche ins Gesicht das ist wie beim Wrestling nicht mit der Faust nicht in der Klöbe ihr wisst schon wohin ne jawohl weiter geht's erfahrener Wahrsager 2 mal 1 dafür muss blau sein 1,3 Kreatur mehr Volkszauberer ich glaub die haben wir auch schon gesehen ne ein beliebiges blaues tappen ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab jawohl gibt's nicht viel zu zu sagen Elementarbeschwörung eine Lektion die mal wieder gelernt werden kann 3 beliebige 2 entweder blau oder rot erzeuge einen 4,4 blauen und roten Elementarwesen Kreaturen Spielstein jo ne ist schlicht und einfach der Text dann geht's weiter mit dem Mannschaftsbanner Artefaktausrüstung ähm für ein beliebiges Mana und äh ja guckt euch die Alter keiner hat ne Maske auf das sind bestimmt alles die Querdenkers hier ähm die ausgerüstete Kreatur hält plus 1 plus 1 hat Wachsamkeit und verursacht Trampelschaden Ausrüsten eines Kreaturen Spielsteins 1 Ausrüsten 3 okay alles klar ja falls ihr dieses Video seht irgendwie in ein paar Jahren falls da kein Corona mehr gibt beziehungsweise das einfach nur so eine Standardimpfung ist wie was weiß ich Diphterie Röteln Tetanus habt ihr nicht gesehen dann äh bedenkt die Zeit wann dieses Video gedreht wurde dann versteht ihr auch was ich meine weiter geht's mit ähm Silberkill Zauberlehrling 2-2 2-2 Kreatur Mensch Hexenmeister Einweiß ist ein schwarzes Magiefertigkeit immer wenn du eins spontan zauber Hexerei wirkst oder kopierst erhält eine Kreatur deiner Wahl plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges so wie haben wir uns haben wir uns verzählt nein einer ankam und kommt noch da haben wir Quintorius der Feldhistoriker ähm 3 beliebige ein rotes ein weißes 2-4 legendäre Kreatur Elefant Kleriker Geister die du kontrollierst erhalten plus 1 plus 0 ah ok das heißt auch Spielsterne ähm haben wir schon so ein 2 Karten gesehen die sowas generieren in diesem Set immer wenn eine oder mehrere Karten dein Friedhof verlassen erzeuge einen 3-2 roten und weißen Geist Kreaturen Spielstein tata nicht wahr so unsere Rare ist eine Rare Ende des Semesters da freuen sich alle 3 beliebige ein weißes spontan Zauber schicke eine beliebige Anzahl an Kreaturen und oder Plainswalker deiner Wahl die du kontrollierst ins Exil bringe sie zum Beginn des nächsten Endsegments unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück jede davon kommt mit einer zusätzlichen plus 1 plus 1 Marke ins Spiel falls es eine Kreatur ist bzw. mit einer zusätzlichen Loyalitätsmarke falls es ein Plainswalker ist ja das ist doch mal nett gerade Loyalitätsmarke auf dem Plainswalker sammeln finde ich auch schön 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 ja gefällt mir gut so dann gucken wir was wir im Archiv haben es ist Landschenkung für ein beliebiges ein weißes eine Hexerei falls ein Gegner mehr Länder kontrolliert als du durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 3 Ebenenkarten zeigen sie auf eine 4 nimm sie auf deine Hand und mische da ja das ist doch schön das ist doch nett 3 Karten raussuchen also 3 Ebenen tatsächlich das heißt das ist was für das weiße Deck wir haben noch eine Foil und zwar eine Foil Kammen und zwar ist es Einführung in die Vernichtung die haben wir eben schon gesehen schickerne bleibende Karte deiner Wahl die kein Land ist ins Exil ihr beherrscht erzieht eine Karte für 5 Mana aber geschenkt ein Gaul und so ihr kennt die Nummer schaut mal nicht ins Maul dann haben wir noch ein bisschen Werbung für Arena schaut da auch mal vorbei wie gesagt ist ganz lustig wenn man halt auch mal digital spielen möchte und ja pokus pokus weiter geht es so schön zusammen beschieben dass wir uns hier nicht selbst spoilern was tust du da Blutforscherin so da bist du im Bild ein grünes ein schwarzes ein bliebiges 2-2 Kreatur Vampirdroide bedrohlich kann halt nicht geblockt werden von zwei oder mehr Kreaturen immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst lege eine plus 1 plus 1 Mark auf die Blutforscherin das ist schön ne macht Sinn wenn man halt irgendwie ein Deck hat wo man auch Punkte kriegt Kevandrix Schwurmagierin haben wir gesehen Prismari Schwurmagier weiß ich gar nicht haben wir den gesehen ähm zwei entweder rot oder blau 3-3 Kreatur Org Zauberer Verteidiger Verteidiger okay ähm und äh Magiefertigkeit äh Hexerei oder spontan Zauber wirken oder kopieren ähm bla 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 kann der Prismari Schwurmagier in diesem Zug angreifen als ob er nicht Verteidiger hätte okay also ne die äh Magiefertigkeit die verleiht ihm dann quasi die Angriffsfähigkeit ansonsten ist er eher so der defensive Typ dann haben wir den Silberkiel Campus ich würde mal frei behaupten hier gibt es zu jeder ähm zu jeder Fakultät einen Campus hier ist halt äh ne Jena hier vom Silberkiel ähm Land kommt getappt ins Spiel erzeuge eine ne dann können wir tappen für weiß oder schwarz und wieder das übliche 4 zahlen und Hellsicht 1 also tappen natürlich noch schwuppdiwupp erdrückende Enttäuschung spontan Zauber für 4 mal eine Einzahl muss schwarz sein jeder Spieler verliert 2 Lebenspunkte also auch ihr aufgepasst ähm du ziehst 2 Karten ja okay ne aber halt mit dem Lebenspunkt da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein wenn ihr schon knapp damit seid da schadet euch auch selber Verteidigung des Campus ähm 3 beliebige ein weiß spontan Zauber bestimme eines Kreaturen die du kontrollierst teilen plus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges oder zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 4 oder mehr oh oder mehr das ist gut kostet aber auch 4 Mana ne so Pigmentsturm äh Doppelrot 3 beliebige Hexerei äh der Pigmentsturm fügt einer Kreatur deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu überschüssiger Schaden wird stattdessen dem Herrscher der Kreatur zugefügt okay alles klar auch nett uh schicke schickes Artwork Mangrovengroff 2 Mana 1 davon muss grün sein 5 4 5 4 so ähm Kreatur Hund Pflanze Opfere eine Kreatur oder bezahle 3 Mana beliebiger Farbe als zusätzliche Kosten um diesen Zauberspruch zu wirken jo der wäre auch sonst ein bisschen günstig für 2 Mana 5 4 ne aber wenn wir irgendwie dann noch so einen so einen ollen Spielstein günstigen rumfliegen haben dann könnte man den auch opfern dann haben wir Burok Verwirrer Kreatur Frosch Zauberer äh 2 1 für 2 Mana 1 muss blau sein mit Aufblitzen also könnt ihr zu jeder Zeit spielen wo auch einen Spontanzauber spielen könntet wenn der Burok Verwirrer ins Spiel kommt erhält ein Gegner deiner Wahl ähm eine Kreatur deiner Wahl so ist das richtig die ihr einen Gegner kontrolliert minus 1 minus 0 bis zum Ende des Zuges jo weiter geht's mit Einführung in die Wahrsagerei oh wir lernen ja vieles Vernichtung Wahrsagerei wieder eine Lektion ne hält sich 2 ziehe dann eine Karte der Spaß kostet uns 3 beliebige Mana dann geht's weiter mit Wurmloch Schlange äh 5 Mana eins davon muss blau sein 3 5 Kreatur Schlange 4 Mana können wir bezahlen 3 beliebig ein blaues eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden ja der kommt dann mal ganz frei durchs Wurmloch Fraktur Spontanzauber für ein weißes ein schwarz Zerstörer ein Artefakt eine Verzauberung oder ein Plainswalker deiner Wahl Multifunktionskarte für 2 Mana gefällt mir gut nehm ich weiter geht's mit Schattenflügel Laureatorin ähm ein weißes ein schwarzes und dann noch eins entweder weiß oder schwarz 2 2 hab ich in der Konstellation so auch glaube ich noch nicht gesehen links ein weißes rechts ein schwarzes in der Mitte ein gemischtes interessant ähm Kreatur Mensch Hexenmeister äh fliegend immer wenn eine andere fliegende Kreatur die du kontrollierst stirbt lege ein Plus 1 Plus 1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl die du kontrollierst okay 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 da müssen wir halt gucken dass wir dann möglichst viele äh Fliege haben ne jo unsere Rare ist sprießendes Können eine grüne Hexerei für 6 Mana eins davon muss grün sein du kannst 3 beliebige und ein grünes bezahlen statt die Mana Kosten dieses Zauberspruchs zu bezahlen ja okay die sind dann 2 günstiger ähm ich suche deine Bibliothek nach bis zu 4 Standardlandkarten und zeige sie offen vor bringe einen davon getappt unter der Kontrolle eines Gegners ins Spiel falls du die äh die günstigeren Kosten bezahlt hast bringe 2 davon getappt unter deiner Kontrolle ins Spiel und nimm den Rest auf deine Hand mische danach also da gibt es dann so einen kleinen Dämpfer wenn man äh tatsächlich äh Sparfuchs war dann äh kriegt der Gegner da auch ein bisschen was für ja interessant ne sparen ist nicht immer gut so göttliches Gambit haben wir hier am Start ähm doppelweiß eine Hexerei schicke ein Artefakt oder eine Kreatur ähm äh Entschuldigung ein Artefakt eine Kreatur oder eine Verzauberung deiner Wahl das beziehungsweise die ein Gegner kontrolliert ins Exil jeder Spieler kann eine Kreaturenkarte aus seiner Hand ins Spiel bringen okay das ist unser ähm unsere 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 Archivkarte hier aha aha und dann haben wir wieder eine ich schreib was auf Karte okay so zwei Booster haben wir noch los geht's die letzten zwei Booster geht immer viel zu schnell vorbei so ausgegrabene Mauer Artefakt Kreatur Mauer 0,4 ein Maler kostet sie und ich behaupte mal frei ja sie ist Verteidiger ne wer hätte das gedacht ähm ein beliebiges Maler und tappen du milzt eine Karte also vom oben auf den Friedhof also vom Deck auf den Friedhof legen angelehnt der Ausdruck an den Millstone den Mühlstein von damals ne und der hat halt auch Karten vom Deck in den Friedhof gemillt und daher kommt das halt so Blütenwelk Schwurmagier geiles Artwork ähm 3 Beliebige zweimal Grün oder Schwarz Kreatur Baumhirte Hexenmeister 5,5 ähm Magiefertigkeit immer wenn du einen spontan zu einer extra reiwirkst oder kopierst erhältst du einen Lebenspunkt dazu oh ja das ist doch nett das können wir mal machen ne zwischendurch uh das ist auch ein geiles Artwork das gefällt mir schon mal richtig gut also bei den Positiv Artworks ist das na krabbelt das gerade ziemlich weit nach oben bei mir hier sehr geil verwesendes Karok zwei beliebige ein schwarzes ein grünes 3,3 Kreatur Zombie Krokodil verursacht Trampelschaden und Lebensverknüpfung hallo mein Freund du gefällst mir gut Arroganter Poet 2,1 für 2 Mana 1 davon muss schwarz sein Kreatur Mensch Hexenmeister immer wenn der arrogante Poet angreift kannst du 2 Lebenspunkte zahlen falls du dies tust erhält er Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges jawohl dann haben wir wieder leitende Stimme mit Jonathan Frakes das haben wir schon gesehen qualmendes Abbild Kreatur Geist 4,3 für 4 Mana 1 muss rot sein immer wenn eine oder mehrere Karten dein Friedhof verlassen fügt das qualmende Abbild jedem Gegner einen Schadenspunkt zu oh das ist ja nett gerade weil man mit dem Friedhof so ein bisschen rumspielt Anrufung der Lay Linien sehr schick ja sieht gut aus 6 Mana 1 muss grün sein Hexerei erzeuge einen 0,0 grünen und blauen Fraktalwesen Kreaturen Spielstein lege x plus 1 plus 1 Marken auf ihn wobei x gleich der Anzahl der Länder ist die du kontrollierst aha das ist im Late Game natürlich manchmal vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr Remodellieren kommt als nächstes Spontanzauber 2 Mana 1 muss blau sein schicke ein Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl des Exil sein bzw. ihr Beherrscher erzeugt einen 4,4 blauen und roten Elementarwesen Kreaturen Spielstein jo dann haben wir noch Umweltwissenschaften wieder eine Lektion sehen wir an dem Logo in der Ecke und es steht natürlich auch drauf Hexerei Lektion für 2 beliebige Mana durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte zeigen sie offen vor nimm sie auf deine Hand und mische danach äh mische danach Punkt du erhältst 2 Lebenspunkte dazu jo kommt zwar nicht auf den Tisch aber noch 2 Lebenspunkte gratis dabei ist ok dann haben wir Wachstumssequenz ähm 2 beliebige äch 2 Mana ein beliebiges ein grünes Hexerei durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte bringen sie getappt ins Spiel und mische danach das gefällt mir doch schon besser das Land wird zu einer 0,0 grünen und blauen Fraktalwesen Kreatur die immer noch als ein Land ist lege für jedes Land das du in diesem Zug unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist eine Plus 1 Plus 1 Marke auf sie oh ja das ist doch fein nette Karte gefällt mir gut auch hier wieder schönes Artwork Quandrix Erschließer ein beliebiges ein grünes ein blaues und dann noch eins entweder blau oder grün 3,4 Kreatur Schildkröte Druide wenn der Quandrix Erschließer ins Spiel kommt kannst du deine Bibliothek nach einer Wald- oder Inselstandardkarte durchsuchen sie ins Spiel bringen und danach mischen jawohl können wir mal tun sehr schick weiter geht es mit Malstrommuse ein beliebiges ein blaues ein rotes und eins entweder blau oder rot 2,4 Kreatur Gin Zauberer fliegend immer wenn die Malstrommuse angreift kostet der nächste Spontanzauber beziehungsweise die nächste Hexerei den beziehungsweise die du in diesem Zug wirkst beim Wirken x weniger wobei x gleich der Stärke der Malstrommuse ist so wie diese Fähigkeit verrechnet wird aha alles klar also wie gesagt hier zielt viel auf Hexerei und Spontanzauber ab in dem Set da muss man halt auch ein bisschen sein Deck quasi drum rum bauen unsere Rare der Biblioplex das ist wohl die Bibliothek würde ich mal behaupten ganz frei da geht die Stimme schon weg und wir haben wieder eine Voll dabei so wie es aussieht ein Land es kommt nicht getappt rein das ist schon mal sehr geil wir können es tappen für ein Winding also sprich für ein farbloses Mana zwei beliebige und tappen schau dir die oberste Karte deiner Bibliothek an falls es ein Spontanzauber oder Hexerei Karte ist kannst du sie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen falls du die Karte nicht auf deine Hand nimmst kannst du sie auf deinem Friedhof legen aktiviere diese Fähigkeiten nur falls du genau null oder sieben Karten auf deiner Hand hast ok das gucken wir uns nochmal im Detail an also wir schauen uns die oberste Karte auf unserer Bibliothek an wenn es eine Spontanzauber oder Hexerei Karte ist das ist immer wieder der Trigger können wir sie offen vorzeigen auf der Hand nehmen und wenn wir sie auf der Hand nehmen kann ich sie auf dem Friedhof wenn du sie nicht auf der Hand legst dann können wir sie in den Friedhof legen aber das können wir nur machen falls wir genau null oder sieben Karten auf der Hand haben verrückt verrückt ok Tesserits Gambit haben wir hier am Start als unsere Archivkarte drei beliebige ein phyrexianisches Mana phyrexianisches Mana kann entweder mit Blau oder zwei Lebenspunkten bezahlt werden das ist halt immer dieses Symbol hier Hexerei ziehe zwei Karten und führe dann Wucherung durch bestimme eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten und oder Spielern und gebe ihnen dann von jeder Sorte Marke die dort bereits liegt eine weitere Marke ja das ist eine schöne Karte die mag ich gerne gefällt mir sehr gut schön freut mich und dann haben wir noch also bei der Vollster haben wir heute irgendwie so ein bisschen Kot an den Fingern das sind nämlich alles nur Cummins steingebundene Mentorin ein rotes ein weiß ein beliebiges 3-3 Kreatur Geist Berater immer wenn ein oder mehrere Karten deinen Friedhof verlassen wenn der Hellsicht eins an jo und dann haben wir noch ein Elementarwesen Togen den 4-4er hier jawoll gut ja auch da drauf letztes Booster liebe Leute die Zeit verrinnt und ja was soll ich sagen es macht einfach Laune und ich könnte und ich könnte da noch viel mehr von machen wie gesagt ich hoffe es gibt viele Klicks hier unten drunter und wenn generell Magic hier läuft dass da ein bisschen mehr Leute mal drauf klicken dann haben wir nämlich die Chance dass wir vielleicht auch in Zukunft ein bisschen mehr Magic hier machen können Elementares Meisterwerk fangen wir mit an im letzten Booster Hexerei 7 Maler ein rotes ein blaues müssen dabei sein erzeuge 2 4-4 blau und rote Elementarwesen Kreaturen Spielsteine kennen wir schon die Karte dann entweder rot oder blau 2 Stück wirf das Elementare Meisterwerk ab erzeuge einen Schatz Spielstein genau haben wir schon gesehen die Karte Aufstieg des Extus das haben wir noch nicht gesehen das Artwork sehr minimalistisch von den Farben aber trotzdem cool 4 beliebige 2 schwarz oder weiß Hexerei schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil schicke bis zu eine Spontanzauber oder Hexerei Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Exil lerne eine Lektion jawohl auch hier wieder Spontanzauber oder Hexerei Boshafte Bande Kreatur Mensch Hexenmeister 0-0 für 4 Mana ein weiß und ein schwarzer muss auch mit vertreten sein Todesberührung die Boshafte Bande kommt mit 2 plus 1 plus 1 Marken ins Spiel wenn die Boshafte Bande steht lege ihre Marken auf eine Kreatur deiner Wahl die du kontrollierst oh das ist schön die gibt quasi ihre Marken weiter das boah wenn alle so werden das wäre schon top Bogengang Almende haben wir schon gesehen kennen wir schon vielversprechende Dämmermagierin die kennen wir noch nicht 2-3 für 3 Mana 1 für schwarzer ein Kreaturmensch Hexenmeister wenn die vielversprechende Dämmermagierin stirbt und falls eine plus 1 plus 1 Marke auf ihr lag ziehe eine Karte ok also die könnte zum Beispiel von der Kreatur eben von der Boshaften Bande was gekriegt haben Professor für Kampfkunst ja guck Kreatur Vogelkleriker 2-3 für 4 Mana 1 davon muss weiß sein Fliegen zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erhält eine Kreatur deiner Wahl die du kontrollierst plus 1 plus 0 Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges ok da hilft der Professor etwas erster Unterrichtstag Spontanzauber für 2 Mana 1 davon muss rot sein immer wenn in diesem Zug eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt lege eine plus 1 plus 1 Marke auf sie und sie erhält Eile bis zum Ende des Zuges des Weiteren lerne eine Lektion das finde ich ist eine schöne Karte für eine Comment finde ich die echt ganz nett magisches Duell haben wir eben gesehen keine Zaubersprüche ins Gesicht und so ihr wisst Bescheid unangekündigter Test ja so gucke ich dann auch immer 2 beliebige 1 blaues Spontanzauber ziehe eine Karte lerne eine Lektion Flavtext heute ist Hydromagie dran ich dachte es wäre Verstärkungsmagie ich habe für Verstärkungsmagie gelernt der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen ihr kennt die Nummer so weiter geht's Geisterbeschwörung ein beliebiges Mana 2 entweder weiß oder rot Hexerei Lektion erzeuger einen 3 2 roten und weißen Geist Kreaturspielstein ne haben wir auch schon mal gesehen von vorne anfangen das kennen wir noch nicht 2 beliebige ein rotes Hexerei Lektion bestimme eines von vorne anfangen fügt einem Ziel deiner Wahl ein Schanzpunkt zu oder zerstöre ein Artefakt deiner Wahl dann haben wir Schlusswort wir passen zum letzten Booster 3 beliebige ein weißes ein schwarzes spontan Zauber dieser dieser Zauberspruch kostet während deines Endsegments bei wirken 2 weniger oh ok also gucken wann man hier spielt zerstöre eine Kreatur oder einen Planswalker deiner Wahl die bzw. den du nicht kontrollierst lege einen plus 1 plus 1 Mark auf bis zu einer Kreatur deiner Wahl die du kontrollierst ok also hier aufpassen ist nur günstiger während unseres Endsegments ne jo eine Ankommen haben wir noch 7 6 Demogoth Leitfresser ein beliebiges ein schwarzes ein grünes und dann nochmal entweder schwarz oder grün je nach Wahl 7 6 zu Beginn deines Versorgungssegments opferst du eine Kreatur oh wenn du den Demogoth Leitfresser opferst wirft jeder Gegner eine Karte ab du ziehst eine Karte und erhältst 2 Lebenspunkte dazu mhm Schmerz für Weisheit ein besseres Angebot bekommst du nicht wisst da Bescheid ne so und unsere letzte Archivkarte ist äh ist es nicht es ist unsere Rare ich hab gepennt legendäre Kreatur Djinn Zauberer es ist oh wilder Dekanen der Perfektion 2 2 ähm für 2 beliebige und ein blaues legendäre Kreatur Djinn Zauberer wie gesagt können wir tappen du kannst eine spontan Zauberkarte oder eine Hexerei Karte aus deiner Hand ins Exil schicken und 3 Feinschliff und 3 Feinschliffmarken auf sie legen sie erhält zu Beginn deines Versorgungsegments und falls sich diese Karte im Exil befindet entferne eine Feinschliffmarke von ihr und wenn die letzte Feinschliffmarke von dieser Karte entfernt wird und falls sie im Exil ist also sich im Exil befindet kannst du sie wirken falls sie auf diese Weise wirkst kostet sie beim Wirken 4 beliebige Mana weniger ok viel Text ich halte den hier nochmal in die Kamera damit ihr euch den bei Bedarf nochmal in Ruhe kurz nochmal durchlesen könnt da könnt ihr einfach auf Pause drücken ansonsten kommt jetzt aber raus und wir gucken uns damit wir hier nicht die letzte Archivkarte uns spoilern wir gucken uns die doppelseitige also die Rückseite an Nassari Dekan des Ausdrucks Doppelrot 3 beliebige 4 4 legendäre Kreatur Ifrit Schamane zu Beginn deines Versorgungsegments schickst du die oberste Karte deiner Bibliothek die oberste Karte der Bibliothek jedes Gegners ins Exil bis zum Ende des Zuges kannst du Zaubersprüche von diesen ins Exil geschickten Karten wirken und um sie zu wirken kannst du Mana ausgeben als wäre es Mana einer beliebigen Farbe immer wenn du einen Zauberspruch aus dem Exil wirkst lege eine plus 1 plus 1 Marke auf Nassari Dekan des Ausdrucks jawoll ok und Damen und Herren liebe Schüler hätte ich fast gesagt unsere letzte Karte ist schmerzvolle Reue jawoll kein Dämonik Tutor naja machst du nix guckst du nur Hexerei ein schwarz ist ein beliebiges ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor du bestimmst entweder davon eine Nichtland Karte oder eine Karte aus seinem Friedhof schicke diese bestimmte Karte ins Exil du verlierst einen Lebenspunkt jaw kann man auch mal bringen aber ist halt nicht der Tutor egal so Schädling ähm den Spielstein wenn diese Kreatur steht erhältst du einen Lebenspunkt haben wir öfter gelesen und ja 1-1 hat er gut dann sind wir durch und äh ich hatte richtig Laune hab da bestimmt an meinen vielen Dosen gegen Laber gemerkt was ich so von mir gegeben habe ähm Missis Meisterstück haben wir gezogen äh voll ähm Mythic als ähm ja Archivkarte und äh ich finde diese Idee mit diesem magischen Archiv ziemlich cool und ähm ich mag ja die alten Karten ich kenne die ja noch die meisten noch von damals so ähm was da so früher rumgegeistert ist ja wie gesagt ich finde die Edition ziemlich cool muss ich sagen ich finde auch die Idee mit diesen Fakultäten ganz schön ist alles ein bisschen quietschebunt ich bin ja mehr so der düstere Typ was sowas angeht aber trotzdem wenn man die so durchguckt das macht alles äh Laune und auch die Artworks sind schön und so weiter und ich denke dass hier ähm viele lustige Sachen drin sind und viele schöne Tricks die man hier spielen kann Artworks wie gesagt auch teilweise richtig richtig gut und äh ja ihr könnt gerne mal drunter schreiben was ihr von diesem Set haltet und wie gesagt ich freue mich sehr über ähm gerade unter den Sponsorenvideos ähm freue ich mich sehr über Klicks Daumen nach oben Abos weiß der Teufel oder auch Kommentare und äh ich sage an der Stelle nochmal vielen vielen Dank lieber Taschengelddieb für ähm das Bundle und ja wie gesagt Kommentare freue ich mich auch immer drüber lasst alles mögliche da was ihr wollt aber immer schön nett bleiben ne kennt das ja und ich bin jetzt erstmal raus viel Spaß und viel Glück vor allem bei allem was ihr zieht und auch wenn ihr irgendwo äh Webturniere spielt oder weiß der Teufel was viel Glück wir sehen uns macht's gut tschau tschau und ich bin jetzt Vielen Dank.